Was ist der Unterschied zwischen Bluestorm und der neuen Bluestorm Pro? Die neue Bluestorm Pro Serie ist eine selektierte Version, die eigentlich früher nur unseren Top-Spielern zur Verfügung stand. Die ist jetzt aber für jedermann auf dem Markt erhältlich. Das ist ja perfekt und wunderbar. Alle können das benutzen. Ja, das ist jetzt ein Belag von Profis für Profis. Vielen Dank.